Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Let's Play Hawken. Wieder geht es um ein Team Deathmatch. Auf einer anderen Karte, dem sogenannten Bazaar. Ehm, was machen die Leute hier? Sprengen die sich gegenseitig schon in die Luft, oder was? Hm, irgendeiner ist da gerade explodiert, aber wahrscheinlich war es auch bloß eine Granate, die er geworfen hatte. Fail. Irgendeiner ist Fail gerade beim Einloggen. Los geht's. People, we need to stay together. Oh, auf die gehe ich denn hier später hin? Wenn irgendwo geschossen wird, kann man zum Beispiel auf Z drücken. Overheat. All ability activated. Ja, da ging es schon wieder ganz schön schnell. Für den anderen war die Panzerung auch fast runtergebraten. Und jetzt hat sie ihn auch erwischt. Ja, da geht es irgendwie ziemlich hart zu hier. Oh, habe ich jetzt aber den letzten Schuss gesetzt? Ist das ehrenhaft. Ich schnapp hier mal den hier. Sorry. Oh, die Panzerung war ja noch voll. Äh. Ei, ei, ei. Acht Minuten noch. Weiter geht's. Auf der schönen Staubigenkarte. Ich habe auch die Partikel, oder was ich, äh, aktiviert. Die mit der Nvidia-Hardware das Ganze noch ein bisschen schicker aussehen lassen können. Oh, da ist einer. Hinter mir kommt schon der nächste. Da kann man eine schnelle Drehung machen. Ja, ich habe den noch ganz schön zugesetzt. Jetzt versucht er sich natürlich zu reparieren. Und wird jetzt wahrscheinlich umgeknickt. Also, naja. Stay together or die hohe. Wer schießt denn hier schon wieder? Kann man von hier hinten, ne? Ja, kurz abwarten kann auch nicht schaden. Ja, kurz abwarten kann auch nicht schaden. So, jetzt habe ich noch kurz meine Schildglase ausgebaut, was ja auch nichts bringt. Aber erst mal ein kleiner, netter Effekt zu zwischendurch. Ich meine, es bringt natürlich was, wenn man dadurch seine, äh, seine Rücken kurz decken kann. Und nur in die andere Richtung feuern muss. So, wo hat sich der Kollege denn versteckt hier? Da kann man irgendwelche Gegenstände hier durch die Gegend schubsen. Oder wenn man mit den Mechs an einem Gebäude lang schrammt, dann hört man es auch schön quietschen. Daher, Leute. Na nur, ist es hier oben, oder was? Hä, warum wird denn der auf Radar über mir angezeigt? Hm. So, mal versuchen, ein bisschen zu reparieren. Ah! Ah, ja, geil. Zwei Mechs, die sich in der Luft bekriegen. Chat Message not sent. Please slow down. Hm. So, wahrscheinlich da nicht die Stimme, Chat. Ah. So, da vorne geht schon wieder zur Sache. Na nur. Hä? Warum ist der denn hier rübergerutscht? Passten sie da alle in Ordnung. Ja, schlecht gezielt. Das muss besser werden. So, diese kleine Energiemomben, die ihr gesehen habt, da kann man, wie gesagt, dran stehen bleiben. Und da wird die Panzerung repariert. Okay. Das hat er doch in seinen Mech eingerüstet, das hat ja ewig gedauert, den umzuknippen. Vielleicht hat er tatsächlich irgendwas ausgebaut, was ich mir, wie gesagt, noch spare. Hm. Chat Message not sent. Na sowas. Naja. Ihr könnt natürlich auch auf dem Schlachtfeld hier irgendwas schreiben. Einfach Enter drücken und lostippen. Aber da ist natürlich ein bisschen Zeit knapp dafür, 오� dyslexe an. Okay. Die T-Modelle sind in der Mitte. Overheben. Technikala Team. Die T-Modelle sind in der Mitte. So viel Chaos hier. So, da muss man halt nicht reingehen in die Schöpf-Bubble. Boah, was ist hier los? Oh, das scheint knapp zu werden. 37 zu 38. Ah, der Chat klemmt wohl heute etwas. Das war aber eine schnelle Minute. Komisch. Hm. Ah, 39, 40. Alles klar. Äh. Ei, ei, ei. Ei, ei. Na du, kann der seine Düsen anmachen, ohne dass er sich abhebt? Das ist ja merkwürdig. Normalerweise sieht das so aus wie er vorn bei Disguy. Ach, wahrscheinlich. Naja. Geht's wieder. Na gut, dann war's das auch schon für diese zweite Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Hoonaker. Mirpower istessch.